... mit heute in Österreich, Herbstzeit und konkret, ab 17.05, ORF 2. Kann sein, es kommt vielleicht auch noch. Wo hast denn du denn Tanzstudio? Ich habe eine Tanzstudio in der 8. Besirk, ich unterrichte auch südamerikanisches Tanz, Tango Argentino, so weiter. Naja, und wie viele sind in dich verliebt? Da haben wir es dann die Schülerinnen... ... ein Gentleman genießt und schweigt. Ich habe ja nie gefragt. Ja, ja, ja. Hermes. Das ist kein Mann fürs Leben, der bleibt einem nicht. Nein. Warum? Er wird einem weggenommen, er wird selber weggehen, für mich wäre das kein Mann fürs Leben. Der ist in Ordnung, er schaut gut aus, aber bitte, man kann ihn vergessen. Na ja, Hermes. Der Ome bleibt ein Leben lang allein, wenn alle Frauen so denken würden. Nein, es gibt andere, die gescheitert werden würden. Aber irgendwo vielleicht, oder? Irgendwo jemanden wünscht, immer... Ja. Aber da hat er schon eine Enttäuschung erlebt, wenn er so spricht. Ja. Mehrere. Mehrere was? Mehrere Enttäuschung. Enttäuschung. Ja. Ja, siehst du, das habe ich dir gesagt. Weil das ist wegen des Enttäuschungen und Lernen. Ich glaube, zu viel Temperament, zu viel für eine Frau. Nein. Nein. Nein, das möchte ich nicht sagen. Aber wie man hört, er ist enttäuscht worden, das heißt, die Frau... Er ist enttäuscht worden. Ja, er ist enttäuscht worden. Also sind wir Männer mal wieder unschuldig. Nein. Nicht nur die Frauen, glaube ich. Vor allem enttäuscht. Nein, er ist enttäuscht worden von einer Frau. Von einer, von mehreren. Mehrere. Ja. Nein, die Frau läuft im Alli zu uns. Ich schreibe Teil von meinen Gefühlen, meine eigene Komposition. Das ist Teil von meiner inneren Seele. Ich bin normalerweise nicht so externe. Ich bin mehr interne. Und ich schreibe, was ich fühle. Wie dieses Lied, was haben wir gehört. Es gibt noch anderes. Und da fühle ich mich gut in meiner Welt. Ja, dann ist es gut jetzt. Dann lebe das Leben. Ja, ja, ja. Ich lebe meine... Ich schreibe jetzt schon an, Horst. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Christine, der gefällt dir, gell? Na ja. Sei ehrlich. Er darf dir gefallen. Er gefällt dir eh. Es ist auch nicht mein Mann. Der bleibt nie. Ich könnte mit ihm fortgehen, mich unterhalten. Aber erleben, das kann man nicht vorstellen. Externo, interno, das hat schon was, gell? Das weiß ich nicht. Oder man kennt sich zu wenig. Das kann ich nicht so. Aber ich finde eine sehr hübsche Frau mit Temperamento und sehr ehrlich. Ich finde toll. Ich denke toll. Wirklich. Vielleicht sind wir Frauen wirklich komplizierter gestrickt als die Männer, sodass die Männer nicht wissen, was wir wollen. Kann ja sein. Aber egal ob Macho oder Softie. Egal ob Casanova oder Hausmann. Wir Frauen, wir wissen ganz genau, was ihr Männer wollt. Viel Liebe und etwas Gutes zum Essen. Servus. Heutzutage ist ja vieles möglich. Auch ein spätes Vaterglück, zum Beispiel in der Pension. Finden Sie, das ist verantwortungslos, dann sind Sie der Richtige und Sie werden Torgast. Jetzt anrufen. 0900-91-00-98